Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge TDT mit Alon aus dem Team PietSmiet, mit DaluKard und mit Dadosch. Dadosch, das sind wir cool, das sind wir cool, das bist du. Das ist nicht gut hier, Dalu. Das ist echt nicht cool, ich kann mir gehen, bitte. Peter hat Dadosch gemacht. Dalu, Dalu. Peter hat Dadosch gemacht, ich hab's gesehen. Das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge, du hast ihn gemacht, ich hab euch die ganze Zeit anvisiert. Dalu, das ist bei dir im Haus drin unter dir. Ja, aber er hat Bram noch gerufen, oder? Also Dadosch, oder hat er Peder gerufen? Ich weiß, es ist jetzt gerade echt nicht mehr. Er hat Peder gerufen, die standen voreinander mit einer Schrotflinze, erst haben die einfach nichts getan und dann ist Peder weggegangen und wenn du versuchst, den zu defendern, bist du der andere. Christian, welche Klasse bist denn du? Mate, ich hab doch gerade hier mal ein Pünktchen gesetzt. Dann bist du der andere, Dado, oder was? Ja, warte kurz, bis ich ihn abgebaggert hab. Okay. Trotzdem der andere. Schieß auf mich, Hilfe! Wieso habe ich keine Klasse? Bei mir ist einer... Ich bin rausgehüpft. Ja, ich bin fast tot. Ach, als ob. Der Lidl Helfer, hau rein, Peder. Das ist ja ein bisschen Mittag, Dado. Ey, jetzt mach doch keinen Quatsch, Junge! Jetzt geht er wieder raus, Junge, an die Front mit dir. Geh du da raus. Geh du da raus. Na komm! Das müsste der andere sein. Schlicht gespielt. Ich verzeidige dich. Das war alles ernst. Hier wird nicht disaziert. Kannst du mich heilen, zufällig? Nein, ich. Ich kann dir das heilens reindrücken, wenn du möchtest. Genau, schon wieder der Bobo. Nein, mach mal nicht. Ich bleibe zu. Nein, du bist fast tot, ich weiß. Komm, pass auf, wir machen folgendes. Ja. Ja. Wir verstecken uns hier im Raum. Und dann mach ich dich... Schrader, is it? Ich weiß. Fuck! Nachdem er mich jetzt beschönert hat, muss ich das jetzt ja auch sagen. Das kann ja gar nicht sein, dass ich das bin. Es ist Schrader und kein Jakar. Kann sein, aber dass Christian da auch immer rumrennt. Oh, Peter hat die Trailerwaffe gesündet. Peterlein. Jetzt rennen sie alle in das Haus rein, wie die Bekloppten. Du geiles, kleines, dummes Schwein. Wait. Den meinte ich nicht. Das ist der. Sepp, siehst du jemanden? Nee. Aber... Wann meintest du denn? Bisher meinte, glaub ich, mich irgendwie. Nein. Oh, sorry. Alles gut. Ich hatte nur einen Reflex. Hinter mir die Treppe hoch. Da ist er. Er ist am Badezimmer hier oben. Kommt alle her. Ah, er ist hier. Komm, jetzt lass doch mal die Scheiße sein. Er verfolgt mich. Ja. Oh nein. Lass machen wir ihn. Ja. Wir haben ihn einmal. Bisher kommt zu euch rein. Bisher kommt zu euch rein. Bisher kommt zu euch rein. Oh, deiner ist an der Meerentüre gestorben. Ja. Oh nein. Was? Nein. Nice. Nice. Niemals. Du hast mich gekillt. Ja, aber du hast mich gekillt. Echt? Sehr gut. Ja. Wir sind beider an euren Meerentürengranaten gestorben. Geil. Richtig nice. Mausens ist vielleicht ein bisschen zu hoch eingestellt. Oh mein Gott. Was ne geile Runde. Ich will schon töten sich gegenseitig. Das hatten wir noch nie. Das ist ein First in der TTT. Das muss es auch mal sein. Alter, Dados ist mir so auf den Sack gegangen. Mit seinem Scheiß. Ich bin unverwundbar, Mann. Jesus. Ey, Dados, ey. Tut mir echt leid, aber du solltest aufhören, mir sich am Anfang gegenüber zu stehen. Ja, vor allem hab ich dich dann mit der Golden Eagle eigentlich noch getroffen. Ja, aber eigentlich nicht. Einzelner Diegelschuss. Ne, das war ich um ein Fenster kaputt zu machen. Ist wirklich so, ich bin Freerunner und wollte nach oben springen. Mhm. Okay, deine Mutter suckt Babys. Was suckt die? Babys. Also Peter und Christian oder was sind zumindest verdächtig, dass sie möglicherweise... Ja, Christian auf jeden Fall. Ich werd hier gleich mal voll pipinen, wenn ich den sehe. Wie kommst du auf Peter und Christian? Weiß ich auch nicht. Kannst du mir das kurz erklären? Wegen dem Liegelschuss. Aber Christian war einfach in meiner Nähe. Ich hab gerade mal Dados weggeschossen, der stand jetzt acht Sekunden in dieser Ecke da und hat sich nicht bewegt. Ja, das kann man mal machen. Ja, Trader. Musst du Dados mal ein bisschen lesen, oder? Ich dachte, der spielt auch auf dem Server hier. Was ist da los? Sag mal, dass du vor mit mir. Wo soll der denn hin? Ich hab dich übernommen bis hier. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es hier so'n... Du willst gleich den Schneebel auf dich werfen. Ich seh das nämlich schon. Ich versuch's ja. Dann bist du tot einfach. Hier wird ne Leiche weggetragen. Ja, okay. Ich schieb hier oben aufs Dach, dann kann ich nichts besser gesehen werden. Dados schmardosch. Dadosch. Da sind bisher seine besten Leute immer gewesen. Warte, ich hab ein DNA-Scaner. Ich kann nicht DNA von ihm scannen. Ja, dann weißt du, wer ihn erschossen hat. Na, was geht's? Sepp ist es. Sepp ist es. Sepp ist es. Sepp schießt auf Christian. Oben auf dem anderen Dach, andere Straßenseite. Der Einsatz. Ich glaube, ich weiß, wer dadurch erschossen hat. Das piept die ganze Zeit und ich komm immer näher. Gleich hab ich ihn. Ne, ist er nicht. Ich renne ihm hinterher. Der wird da oben sein, auf euch warten zu kommen. Er ist da oben drin. Ach! Wieso sind denn auf einmal alle alle? Das war ja doch nicht so ein Smartphone. Ja. Ich versteh den nicht, Jay. Der war genau drauf. Äh, hinter dem Haus. Nein, Jay. Ich bin ihm hinterhergelaufen. Äh, aber Dalu funktioniert der DNA-Scaner so? Nein, ich bin hinterhergelaufen. Also wenn ich denjenigen scanne, dann piept das, je näher ich demjenigen komme. Ne, jedes Mal wenn es piept, siehst du so einen Radarpunkt, wo er ist. Da du keinen Radarpunkt gesehen hast, liegt daran, dass du... Ah, okay. Ja, ja, das ist es wahr. Aber ich dachte, du kommst dem halt irgendwie näher. Ich bin nur drauf gewartet, dass Sepp da schießt, während der Sepp mit Dalu... Ey, ey, ich fack ihn auf. Ey, ich fack ihn auf. Ich war hinter Sepp und hab mich mit der Diegel angezielt, währenddessen. Und du hast ihn nicht erschossen. Doch, nachdem er geschossen hat, hab ich ihn noch erschossen. Ey, Bram. Hier für dich. Ja, das ist mega scheiße, ey. Das ist aber nett. Ein Geschenk für dich. Ja, ne, das ist schon auch sehr nett. Was machst du mit dem Messer? Ey, wartest du davor, Christian? Loll. Das ist mein Messer. Das ist mein Messer. Hey, Bram. Bram hat gerade Gralato oder so geschmissen. Ja, Bram war da... Ne, ne, das war nicht Peter. Der stand neben mir. Peter war da, glaub ich. Das war nicht Peter. Peter ist gerade umgefallen einfach. Oh. Ja, Bram ist gerade umgefallen, weil Jay den weggemacht hat. Das ist gut. Doch, Detective Jay hat den weggemacht. Ja, okay. Jay hat den kaputt gemacht. Du hast den doch weggeschossen. Warum bist du denn da? Ja, hab ihn. Ich hab genau gemeint. Ich hab den weggemacht. Ist ja okay. Ich hab nur gerade Alzheimer, sorry. Ich glaub Jay, Jay, du bist schock... Nein. Nein, ich hab Alzheimer. Ne, ne. Ich glaube, du hast den einfach weggeschossen, weil du deine Situation erkannt hast. Ich hab den nicht einfach weggeschossen. Ich hab den nicht einfach weggeschossen. Ich glaub, Jay könnte Schakal sein. Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Er hat einfach Bram weggeballert. Nein. Nein. Ich hab ihn nicht weggeschossen. Dann sagst du, nee, ich war das nicht. Ja, genau. Das war das nicht. Und dann sagst du, ja, war ich doch. Ja, stimmt. Das war schon echt auffällig. Christian, ich war auch nicht. Also, das fand ich jetzt auch komisch. Also, wer ist denn noch übrig? Dardosch? Christian? Aber Jay hat erst gesagt, er war das nicht. Sozusagen. Ach, guck mal. Dann Bram hat auf mich die Dilemmen geworfen. Okay, also Sepp oder Dardosch. Ist ja easy. Und was ist denn mit dir? Von den Traitern schon. Ich glaub nicht, dass Jay Traitor ist. Der wird nicht seinen eigenen Traitor-Kollegen weggeschossen. Doch, das kann ich ihm schon. Ja, aber nicht so ab. Was passiert jetzt? Schießt ihr jetzt auf mich? Jay hat mich einfach angesch- WTF? WTF, ob du jetzt auf mich schießt? WTF, ob du jetzt auf mich schießt? Oh, Amaterasu. Okay, ist dann Amaterasu. Ja, ja, natürlich. Der ist doch Karl, ey. Krass. Ich weiß nicht, wie der Typ Sepp ist. Der hat doch schon angeguckt, ne? Oder ob das Dardosch ist. Detective, was denkst du, wer das ist? Dardosch oder Sepp? Du bist schon verdächtig, weil Christian hat das schon gut analysiert, gerade. Dass du da so unsicher gewesen bist. Ja, aber als Schakal, der Traitor fehlt noch so. Ja, das ist Dardosch übrigens. Also nur der Volkste. Das ist Dardosch, der Traitor? Ja. Oder Sepp? Ja, ich bin der Traitor. Ja, das ist halt wichtig zu wissen. Ja, hab ich doch gesagt, ich bin der Traitor. Oh. Ne, ich wollte nur rechts im Haus klicken. Oh, hier ist einer. Dardosch hat auf mich geschossen, der ist bei Jay. Ja. Jay ist aber tot. Okay. Der ist in dem Haus drin. Das hätt ich aber jetzt auch gemacht, wenn ich, äh, wenn ich Inno gewesen wär, ne? Au. Dardosch ist tot. Ja, das ist perfekt. Das war schon mal ganz gut. Scheiße, ey. Wie Jay reagiert hätte, wenn der einen angeschossen hätte. Wie ist der angeschossen? Wer? Äh, also wenn der angeschossen worden wäre. Hätte er wiederum geschrien. Als Traitor hätt ich wahrscheinlich ihn angegriffen. Dadurch werd ich getötet. Äh, Sepp. Boah, wieso ist Sepp auch tot? Weil ich Sepp erschossen hab. Nach der Runde. Nach der Runde. Achso. Ich brauch Spaß. Dardosch hat sich extra so angesneakt an Sepp und dann ist die Runde vorbei gewesen. Da musst du ja noch kurz den Schuss setzen einfach. Ein bisschen Pleasure geben. Dardosch. Ich freu mich immer, wenn ich dir helfen habe. Wenigstens Lutsch mit deinen Eltern nicht kennen. Da war doch die Runde schon vorbei. Jaja, das war alles gut. Merk mir das. Und Jay hat Bram nicht umgebracht. Das war ich der. Ich weiß. Deswegen war ich ja auch erst mal so. In Anführungsstrich, da hab ich ja dann versucht mitzuspielen. Jeder ist Traitor, der will den Propp-Exploder ausprobieren. Ich mach nicht den Propp-Exploder, du knapp. Was ist denn der Propp-Exploder? Achso, dieses Teil. Bram hat dann eingekauft. Ich hab mich eingekauft. Aber es ist okay. Ich lass ihn das einmal durchgehen. Zwei Sachen gekauft. Ich hab mich eingekauft, Alter. Du laberst. Ach guck mal, Peter. Oh shit. Ich glaub nicht. Entschuldigung, Peter. Ein Diegel Schuss. Und diesmal ist kein Fenster kaputt gegangen, ihr Formos. Hey, ich hab das nicht fördert. Das war Bram. Das kannst du nicht fördern. Ich hab einfach mal wissen, wie reagiert wird. Diesmal ist kein Fenster. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Das ist so richtige Frage. Ich glaub Bram möchte mich auch gerade mit der Diegel versuchen zu machen. Bin mir nicht sicher. Nee. Ja, ich hab immer noch die Diegel. Wer macht denn hier Fenster kaputt? Hör mal auf. Warum denn nicht? Ich mach Fenster kaputt. Der ist ja ein Shopping Queen. Der ist ja ein Shopping Queen. Wohl. Peter. Peter. Was war das denn? Keine Ahnung. Peter hat den Pop Exploder ausprobiert. Deine Ansage. Ich hab Peter gemacht. Ja, Peter war auf Trader. Der ist runter gefallen. Dalu hat gerade Jay gekillt. Der müsste da liegen. Hä? Jay ist von Peter gekillt worden. Ah, okay. Nein, Bram ist zum Kill rein. Da kommt ein Superschaf auf mich. Da kommt ein Superschaf. Das ist dann Jay. Nee, Moment. Jay ist tot. Peter ist tot. Nevermind. Auuu. Dadurch merkst du selbst, dass deine Rechnung nicht mehr aufgeht, oder? Ja, wieso? Jackal. Das ist Bram. Bruder ist Jackal. Ich bin kein Trailer. Und Jackal auch nicht. Hallo. Was ist das auch jetzt vor? Hinter der Tür. Da ist er da. Da, er kommt jetzt. Ja, dann geht er rein. Los. Geh da jetzt rein. Ich kann ja er schießen, wenn er zum ersten Mal auf mich geschossen hat. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Nein, er ist zum Kill freigeben. Das ist meine Erlaubnis. Deine Erlaubnis. Da bin ich bewusst. Ah, da hat grad jemand ne Melone gekauft. Woran siehst du das denn? Deine Waffe blinkt doch dann so auf. Aha! Hallo! Du nutzt deine Chance nicht! Nein. Er muss zuerst schießen. Was genau ist hier? Ich weiß nicht, warum du der Übeltäter bist. Ich hab wirklich nur auf die Scheibe geschlossen, wo keiner mehr drin war. Wo ist das eigentlich der Heter? Ich warte drauf. Warte drauf. Es gibt nichts zu warten. Achso, Peter ist tot. Warte mal. Hol was Falsches raus, knall ich dich ab. Schieß auf mich. Ist das hier mein Falsches? Kriegst du jetzt eigentlich seine Möglichkeit hier? Kann sein. Oder das hier? Keine Möglichkeit. Jetzt bist du Sidekick. Okay, pass auf. Ich vertraut sein. Ach, Dado, komm. Jetzt nicht den Scheiß auch noch. Du bist doch ein Arzt. Komm, wir machen jetzt Sulu Squad. Ja, ja. Mein Fadenkreuz hängt die ganze Zeit an. Sulu Squad geht doch nur bei CS, Alter. Ja, ich seh das. Dadurch zieht auch schon wieder auf mich. Nein, nicht die Türen immer zu machen. Nicht nur. Immer die Türen zu machen. Was hast du da vor, wenn ich es mir austrinkt? Ich bin Detektive. Kein guter, aber ich bin... Nein, du musst da raus sagen. Da kommt jemand. Christian, der kommt auch noch. Der kann Trailer sein. Ja, aber du kannst schon... Oder du auch noch. Dann hätte ich dich, glaube ich, schon erschossen. Ja, wahrscheinlich. Ist der über die Straße drüber? Die Kipps ist mal richtig. Hast du gerade gehört, komm, was für ein Lemon? Ne, macht Spaß. Ne, macht Spaß. Da hinten ist eine Live, ja. Guck mal, gehen wir uns den mal angucken. Hallo, ja? Gucken wir uns den mal an. Das heißt, du oder Christian sind auf jeden Fall böse. Ja, aber ich nicht. Vielleicht. Vielleicht. Kannst du nicht shoppen, wenn ich dir hinterherlaufe? Nicht shoppen. Also generell nicht. Nicht, weil du mir hinterherläufst. Also, Chris verfolgt euch, glaube ich, da mal. Ja, schieß Christian einfach mal ab. Also, ich hab Second Chance. Rein theoretisch kann ich versuchen, weil ich hab ne Golden Bean gehört. Das hätte ich gerne. Ja, dann knall Christian da. Ne, ich finde, ihr drei stellt euch jetzt hier auf und der, der zuerst vom Auto überfahren wird, ihr müsst immer rüberspringen. Der, der zuerst überfahren wird. Du hast nichts gesehen. Ja, okay. Ich hab hier ne Couch. Schub zu. Alter! Ich weiß auf jeden Fall, wer der Übeltäter ist. Ja, ich hab Christian gemacht. Du hast nichts gesehen. Weiß ich nicht. Aber ich hab Christian auf jeden Fall grad gemacht, weil er die Disschen geschmissen hat. Aber nicht confirm. Ne, konnte ich auch nicht. Komm. Dadurch. 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 Chris hat ja eh gesagt. Du hast nichts gesehen. Alles... Oh, scheiße! Fuck, ich hab dich nicht erwischt. Ich muss nachladen. Moment! Er ist einmal tot. Ja, ja, ich seh's gerade. Auf einen Schuss. Warum hast du ihn denn? Wo ist der andere Spawn oder gibt's verschiedene? Kann überall sein, Dadurch. Ja. Was? Alter, kannst du's so umfallen? Der Diegelschuss... Der Diegelschuss... Der Golden Diegelschuss war doch nicht daneben. Der war voll drauf, ja. Ja, das verstehe ich auch nicht. Der war daneben. So wie mein Star Warschuss vorhin. Du hast gestanden, Bram. Der kann nicht daneben. Der war daneben. Ja, der kann doch trotzdem daneben geschossen haben. Wann hat Bram denn zugegeben, dass das ist... Wann hat Bram denn zugegeben, dass das ist... Sabe, ich hab keine scheiß Probexplower Wichse benutzt. Ja, aber das hat mich dann getötet. Die Trailer-Falle oben auf und da. Oh, Alter, ich war noch nicht Trailer hier. Ich glaube, ich bin zweimal durch die Trailer-Falle gestorben. Kann das sein? Aber in der ersten Runde bin ich da auch durch die Welt ausgestanden. Die ist oben auf dem Dach drauf an diesem Stromkasten. Gibt's nur eine? Äh, ich glaube, oder? Ich hab eine Trailer-Falle und einen Trailer-Raum. Es gibt noch keine Waffe, Dalu. Ne, ich hab nur meine Diegel. Aber die ist... Oh nein! Christian ist es! Dalu, Dalu! Wie Christian ist es? Ich bin draußen, du Arsch! Ich bin mir sehr sicher, dass Dalu es ist. Ich glaube nicht, weil Peter hat zu mir gesagt, ob ich noch keine Waffe habe. Jay ist gerade an mir vorbeigelaufen ins Haus rein. Ich bin draußen geblieben. Hier ist wer tot? Ja, ach so, Dalu. Der Jackal! Jaja, natürlich. Und der hatte sogar noch drei Kredite gehabt. Ja. Was bringen die dir? Alles, was ich will. Hey, hey! Herr Brahms, du hast zwar gerade deinen Schuss abgegeben. Das war nur... Ja, ja. Das ist klar. Der eine, die geschossen. Ja, da. Ich hab noch einen zweiten. Wo ist denn Dalu, Dalu? Ich bin gerade am shoppen, weil ich ein Spiel spielen werde. Das kann aber auch meinen Kollegen treffen. Er ist in dem Haus. Er hat versucht dadurch zu killen. Ja, ja. Aber... Er ist ja... Brammen, vorsichtig! Eine Tür lässt dich sterben. Also Brammen... Geil! Brammen, welche Tür ist die richtige? Die Chance ist 50-50. Ah, Chris! Was hattest du vor? Was hast du da in der Hand? Christian! Der hat ein Messer in der Hand! Ach, kommt... Christian ist der andere. Das hier oben. Hey. Mal Flent. Okay, es gibt einen 360 Thomas. Dalu ist beim... Oh lol! Was war das denn? Da kommt noch einer! Bum, bum, bum! Aufstehen lassen! Kurzes ducken! Nee, nix ducken! Hast du Dalu jetzt gemacht? Ja, ich hab Dalu gemacht. Das finde ich gut. So. Wollte er mich hier tricksen. Gib it nicht hier! So, Bram. Was ist dein Plan hier? Hey, Diana Johnson zu spielen. Nee, mach mal nicht. Ja, ich muss das auch noch probieren. Also ich hab ne Shotgun und du? Ich nicht. Aber ich hab noch einen versucht. Was? Ja, oder den Digelschuhl. Also wenn der 360 Thomas geklappt hätte, dann hätte ich ja ziemlich gefallen. Ich wollte eigentlich... Eigentlich hab ich überlegt reinzuspringen, aber das... Nee. Ja, natürlich. Der hat ja nicht geklappt. Das ist ja dann lame. Ja, dass das nicht geklappt hat, war glaube ich zu 99% sicher. Ja. Ich hab sogar die falsche Tür genommen und du stirbst dadurch nicht an der Stelle. Ja, aber es war doch trotzdem witzig. Ja, aber die Tür fliegt... Also für dich zur Info. Die Tür fliegt in die andere Richtung. Ja, das war krass. Du hattest kurz Angst. Das war krass. Gib's mal zu. Er hat echt lange überlegt, der Bram, was er jetzt macht. Ja, natürlich hab ich da lange überlegt. Aber ich wollte halt, dass Dalu beim nächsten Mal weiß, wie er das besser machen kann. Ich hätte noch einen Hinweis für die richtige Tür irgendwo hintippen sollen. Ein Rätsel. Boom! I'm the Spartan. Oh, was ist das denn für ein geiler Move, Darl? Achso, du bist der fucking Detective. Ich bin Spudermann. Don't do any Quatsch, please. Dadosch. What up? What up? Moment, das bist nicht Dadosch. Das ist Dalu. Get up, mein Bro. Wie bist du hier hochgekommen? Wo sind da immer Schottis? Jaaaa! Komm besser aus. Nein, hier geht's nicht hoch. Ach, da sind die beiden Traitor und Dadosch und Jay. Also ein Traitor sitzt genau auf der Traitor-Falle. Da oben nur, ey. Geht's nicht hoch! Entschuldige! Peter, wir sind so am Arsch hier. Was ist denn hier überhaupt für eine Party? Sagst du mich leider irgendwie? Bram, Izzet und Christian, weil die nicht bei der Party sind. Ich bin bei der Party. Genau, ja. Ich bin auch bei der Party. Ich bin auf dem Dach drauf. Wie bei der Party? Wie bei der Party? Ja, neben da doch. Ja, erst jetzt? Ne, ne, nicht erst jetzt. Wie die Möchstenscheiß-Dach drauf. Alter, wer fliegt denn da? Wie Spiderman! Spiderman? Das ist da, du Card. Dollar Card. Das ist voll nice. Dollar Card? Komm, werf die Lämmen. Peter, was machst du da? Geh mal weg. Wo ist denn Peter? Peter hat irgendwas versucht zu machen. Ach, deine Mutter hat was versucht zu machen. Jetzt macht die Tür jeweils zu. Deine Mutter! Deine Mutter! Das ist besser als der Grappler hoch. Ja. Habe ich denn noch eigentlich? Okay. Krass. Das habe ich noch. Cool. Alter, du bist ganz schön schnell, Jay. Alter, hier liegt mein Bruder. Warum verfolgst du mich die ganze Zeit so mit der Schoddy? Ja, wo soll ich denn sonst denn gehen? Das fasst jemand von uns. Und mit der Spiderman Gun kannst du dich an einen anbieten. Okay, das ist einfach so mega cool. Das ist ziemlich rollin, ey. Ich hänge jetzt an Jay. Wie geil ist das denn? Hey, 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 hey. Runter da. Ja, gut. Ich meine, ihr beide hängt ja eh sehr aneinander. Wollt ihr mich dazwischen so quasi... Wieso bin ich denn? Warum hängst du die ganze Zeit jetzt aneinander? Ja, warte, warte, warte. Ich hänge aneinander. Ja, da hängt die ganze Zeit an dir dran. Nein, dann führe ich da nur jetzt eine Runde Gassi. Ja, komm. Let's go. Ich fühle dich ja Gassi, oder? Das wäre schon ein bisschen witzig. Da ist einer draufgekommen, oder? Ich kann ihn nicht ziehen und er kann mich nicht ziehen. Das klang so, oder? Hier ist auch eine Shotgun weggeflogen. Weißt dann irgendwann? Nein, das war der Disco, Peter. Das heißt, du weißt ja die ganze Zeit, wo ich bin. Das ist ja eigentlich ganz lustig. Ja, aber das klang auch so, als hätte jemand Damage bekommen. Ich könnte mich in den Raum stellen und ich wüsste jetzt immer, wo du bist. Was schmeckst du dir eigentlich so rum die ganze Zeit? Ist das jetzt gut, was ich mache dann, oder was soll ich machen? Wenn ich jetzt ein Schoßhündchen nehme? Ne, wenn ihr irgendwas für Jay sucht, folgt dem Laser. Haha, voll gut, ey. Okay, wo ist denn der Laser? Achso, der Laser. Kriegt man mittlerweile Schaden, wenn man als Fass beschossen wird? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich wüsste nicht, warum ich sonst so wenig Leben hab. Sollte nicht eigentlich sein. Also Damage gekriegt und direkt danach? Hm, aber da lag ich schon auf dem Boden. Ja, ja, ich weiß. Also, wär für dich ja auch neu. Bram müsste Traitor sein. Du warst doch grad verletzt. Du bist doch jetzt wieder full life. Wieso, durch was soll ich denn verletzt sein? Weiß ich nicht. Als ich grad einmal mit dir auf dem Dach stand, dachte ich, du hattest gelbes Leben. Hast du aber leider falsch gedacht. Ja, zum Abschluss reingegeben. Ich mein, es gibt ja auch andere Sachen. Detective, darf ich ihn abschießen? Nein. Wer ist denn Detective? Was gibt es denn für andere Sachen, Peter? Ist denn irgendwer, ist irgendwer hier Priester oder so? Ja, hier Present of Fate und so ne Scheiße. Aber ich hab gar nichts genommen. Ich war einfach... Biff! Oh Gott. Von wo kommt das? Ja, Jay ist die ganze Zeit gelb gewesen. Wie hast du den ja gesehen? Priester oder... Elf? Irgendwer Elf? Nein, das hätte ja irgendwer gesagt. Das Geschenk hätt man gehört. Weiß ich mal. Wer hat denn das jetzt gesetzt, da die Bienchen? Ich hab immer noch keine Bienen gesehen tatsächlich. Ja, ich hab's doch gesehen, wie du sie geworfen hast. Achso, ja klar. Natürlich. Also darf ich dadurch abschießen? Nee. Sag mal... Das ist auch ein Auto. Wie darf ich denn jetzt abschießen, Dalu? Dalu, hier. Komm, nimm. Ich glaub Jay ist es. Ja. Ja. Okay. Mal wieder. Das ist noch wie die letzten 20 Runden. Nee, aber deswegen, weil du so lange nicht mehr warst. Achso, natürlich. Dalu, unter mir oder unter dir wird getötet. Laut dir bin ich fast jede Runde, Bram. Das stimmt nicht. Wo ist der denn? Warum wirfst du die Waffe weg, Sepp? Weil ich jetzt ne Shotgun hab. Okay. Liegt da irgendwer tot? Na scheiße, Bram, könnte das ja auch sein. Willst du von mir? Nee, warum du einfach so die Waffe wechselst, find ich halt. Ja, weil ich von Sniper an der Shotgun gegangen bin. Die Leiche ist hier unten drin. Nee, das ist mega crazy. Aber wo kannst du denn her? Unter uns? Hast du durchgekillt? Dalu ist tot. Sepp is it! Where is it? Jay hat einfach geschossen. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Alter. Kannst du mich verarschen? Ja, Jay ist genau da runter gesprungen. Hast du ihn getötet? Ja. Na, du hast Jay getötet. Ich? Na, dann mach ich halt Sepp. Peter hat den auch getötet zumindest. Wenn er heilt sich gerade. Wieso machst du mich? Weil ich auf Jay geschossen hab. Ja, aber der war Inno-Slam. Peter! Okay, ich hab Sepp jetzt nicht gemacht, aber Sepp ist trotzdem gerade umgefallen. Oh, da ist er! Ja, das ist Bram. Ja, logischerweise müsst ihr heute dann sein. Der ist die Runde viermal oder so gestorben. Krass, ey. Ich steh gegenüber von Sepp, ja, und krieg plötzlich den Schaden von Peter unten reingedrückt. Ja, was war so? Ja, was war so? Ja, was war so? Sepp ist es? Ja, genau. Sepp ist es! Ich hab auch gedacht, ihr hättet jetzt wieder mit eurem Spielsheet angefangen. Okay, ich schieß zuerst und dann ist Schreie rein. Letzte Runde, Leute. Letzte Runde. War halt einfach nur echt blöd. Ich weiß aber immer noch nicht, wovon ihr so viel Damage gekriegt habt. Ich hatte nur noch zwölf, als ich von dem Dach runtergefallen bin als Fass. Ja, ich bin enttäuscht. Warum machst du solche Fehler in Schätzungen? Ich hab dich aber nicht abgeschossen. Nee. Wenn ich mir sicher gewesen wäre, hätt ich dich abgeballert. Das ist einfach nicht gewohnt. Oh, Best Detective EU West ist. Das ist echt enttäuschend. Das ist alles halt Trailer. Nee, nee, nee. Dann hätte ich ihn abgeschossen. Das ist Schakal, Jake. Schieß mich ab. Nee. Das ist einfach nur enttäuschend. Du Schakal, Dardosch? Schantal bin ich. Wollt ihr fliegen? Ich hab einen Shot gehört. Warte, ich hab ne Golden Deagle. Okay. Das war drei Shots. Es gab schon wieder einen Deagle-Schuss. Das ist einer gestorben. Dardosch ist Trailer. Der macht mich um. Nee, macht er nicht. Aber er hat zwei Leute mit der Golden Deagle erschossen. Und Bram ist... Au! Ich hoffe, das war ich. Beide Trailer einmal tot. Bram wird wiederbelebt. Okay. Wo ist der Bram? Nein, 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 nein. Bram wird nicht. Bram ist da, Bram ist da, Bram ist da, Bram ist da. Wo ist denn da? Wer hat sich denn Dardosch gegönnt? Den Dete? Wo ist denn Bram? Ja, keine Ahnung, Mann. Der ist halt neu gespottet. Hol mal den Radar schnell. Detektiv... Ach ne, Christian. Detektiv. Mach doch mal jetzt. Christian ist ja schon tot. Echt, Mann? Scheiße, wo ist denn Bram, ey? Gott, ich... Der müsste bei mir sein irgendwo. Der müsste bei mir sein irgendwo. Jetzt gerade ein Schott. Bram? Dalu, du Wichser. Ja, du weißt, dass er dir den Rücken geschossen hat, du Nase, oder? Dalu ist es. Ey, ich hoffe... Ja, ja, dann tanzt du mal und liest gleich den Chat. Ja, liest gleich unten den Chat und dann entschuldige dich nächste Woche. Mensch, entschuldige dich schon mal, Jens. Das ist ein Idiot, ey. Dalu ist es, nachdem der zwei Tredgeorn gekillt hat. Komm mal, Bram. Ja, natürlich war ich da. Ne, ich hab dich jetzt endlich mal gesehen. Ah, okay. Dalu, der ist da drin. Wo ist der drin? Hey, warte, get up. Wo ist denn da hin? Komm mal raus, Bram. Ich fang grad nicht. Alter, was war das denn ekelhaftes? Gebot dazu? Aus der Hölle wieder zurück. Jays Leiche gefunden. Dalu, wo ist J gestorben? Ja. Ich hoffe, Bram wird ein Schneemann. Ja. Ja. Werde ich. Bei mir hat auch Dalu's Pistole aufgeleuchtet. Alles gut. Dann ist er in dem Moment gekauft worden. Das war die letzte Runde. Leider eine sehr kurze Runde. Von dem mit Abstand schlechtesten getötet worden. Hier auf dieser... Also mit Abstand. Großen Abstand. Die Runde geht aber an Dalu. Mit 64 Punkten hat er mal wieder seinen Pimmel rausgeholt. Und uns allen gezeigt, wer der Boss ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.